Das ist ein kleines Kontor. Ich konnte sehr viel mitnehmen, wie zum Beispiel Kabel absetzen, die verschiedenen Aufschallwähllichkeiten mit den verschiedenen V-S-Modulen, Spleisen und Kabel vorbereiten. Ich bin zum Beispiel Stefan, der eigentlich gelehrte Montageelektriker, und habe immer für das Netz gearbeitet, aber einfach stromseitig, und da haben wir sie mit Arbeiter zusammen zuständig für das Weissgang. Und so kam ich zur Kabel. Jetzt bin ich ein Jahr mit ihnen, und das gefällt mir noch sehr. Und jetzt in der Lehre ist es halt, man lernt es richtig, mit den Arbeiter gesehen, wie man es machen muss, und hier sieht man noch die Finesse, was man besser machen kann. Ich bin der Beile Berner, bin 43, komme aus Bern. Die Motivation bei Kabel Schrift und mache die Möglichkeiten, die man im Alter hat. Das ist sehr schön. Mit den U-Kos lerne ich sehr viel Interessante in der Theorie wie auch in der Praxis. Und das Schöne ist, man kann es immer in Ruhe umsetzen und bei viel lernen. Dann geht's jetzt schon raus. Und das kann ich nicht so machen können! Vielen Dank.